Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Dauntless Part. Ja, im heutigen Part soll es mal hier um die legendären Schwerder gehen, um die Zyklon... Äh, was? Zyklonische Wut. Habe ich noch nie gelesen. Ja, also den Namen noch nie gelesen. Habe mir mal hier ein Bild zusammengesetzt, jetzt auch wirklich mit dem ganzen Endgame-Kram, sage ich mal, drin. Mit der Schädelschmiede mit drin, mit den wirklich guten Mods drin, mit der guten Spezialfähigkeit drin. Ja, könnt ihr euch mal geben. Und vor allem, was ich richtig cool finde, ich klicke mal gerade weiter. Ja, ich habe jetzt vom Niveau her wirklich mal nur einen normalen Knärscher angemacht. Danach zeige ich noch einen Dead-Eye-Quill-Shot. Ist jetzt alles nicht das Höchste, aber bitte bedenkt, ich bin jetzt auch nicht der geübteste Schwertspieler und so. Ich möchte eigentlich nur mal so zeigen, auf was man da so spielen muss. Also wichtig ist es natürlich hier beim Schwert, dass man im richtigen Moment ausweicht, dass man ein bisschen aufs Ausdauermanagement achtet, dass man im richtigen Moment pariert und so ein Kram. Das werde ich euch wahrscheinlich alles nicht so super geil zeigen können. Hier, das ist ein Eisgeboren-Bild, also nochmal die Nummer-Sicher-Variante. Ich würde es mal so als Eisgeboren, ja, vor allem gegen Terra-Monster halt ganz gut. Hier gegen Karabag oder so sollte das richtig gut klappen. Ist das Karabag, die Mücke da? Das komische, wie heißt es nochmal? Ah ja, genau, doch, ist Karabag. Genau, die fliegende, unsichtbare Mücke. Ja, und ich habe jetzt gerade mit Koschei verwechselt. Auch gegen Koschei müsste es eigentlich ganz gut laufen, aber vor allem halt gegen, jetzt hier gegen Karabag sollte es sehr gut laufen. Warum, wieso, weshalb und was sind die Vorteile des Bildes, bevor ich mich hier jetzt komplett totlabere. Also wie gesagt, wir haben Eisgeboren mit drin. Wir haben wirklich sehr, sehr viel Eis, äh Quatsch, Ausdauer mit drin, Ausdauerregeneration drin. Und wir haben den Vorteil, dass die letzte, der letzte Trank hier eigentlich offen ist. Raserei und Prügel-Elixier sollte man nehmen, der Inspirationsmast. Und das ist natürlich schon geil, könnte man zum Beispiel in das Bild hier mit reinnehmen. Oder, wenn die Gruppe ständig umfällt, könnte man auch hingehen, könnte den Lebensraubtrank hier reinmachen. Oder man könnte den Betäubungstrank reinmachen, wenn man das Monster öfter zu Boden legen will. Oder, oder, oder. Es hat echt coole Möglichkeiten. Und wenn man zum Beispiel jetzt Inspirationsmast reinmacht, könnte man auch hingehen, weil man ja hier oben die Zellen frei hat. Und könnte sagen, okay, einmal Wutjäger hole ich raus und hole mir stattdessen einen Plus-3er Inji mit. Also das wäre möglich. Ich habe noch 15 Sekunden. Ich drücke mal weiter und dann gehe ich noch genauer aufs Bild ein. Und da wird das vielleicht ein bisschen klarer, was ich da gerade von mir gegeben habe. Also das Bild ist unheimlich flexibel auch. Man kann es so bauen. Ich würde es auch empfehlen, so zu bauen. Also für mich gehören die super Mods da, sage ich jetzt mal, die richtig starken Mods gehören für mich mit Schädelschmiede zusammen. Ansonsten kann man das kaum gut spielen, ist meine Meinung. Ihr könnt mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe es auch mit dem Ausdauerdrang probiert, was ich vorher immer ganz gern gemacht habe. Das hat hier dann nicht mehr so gut funktioniert. Das funktioniert bei den anderen Bilds, funktioniert das gut. Hier mit der pfeifenden Klinge, wo man dann einfach noch viel schneller schlägt und noch mehr Ausdauerverbrauch dann im letzten Endes hat. Da ist das dann doch zu heftig. Es steht zwar hier, reduziert die Ausdauerkosten, aber man schlägt halt so häufig zu, dass die Ausdauer trotzdem runterballert ohne Ende. Ihr werdet es jetzt gleich sehen oder ihr werdet es eben nicht sehen, weil ich ein konträres Bild dazu habe. Also wie würde ich es euch empfehlen, warum, wieso, weshalb und so weiter. So, zyklonische Wut würde ich spielen mit Zelle der wilden Raserei, Zelle des Wutjägers, rechender Überladung. Wenn ihr rechende Überladung nicht habt, holt die normale, die kühne Überladung. Dann pfeifende Klinge, um halt, reduziert die Ausdauerkosten des wiederkehrenden Elements. Das wollen wir natürlich spielen. Immer wieder ein wiederkehrendes Element ballern. Und da kriegen wir halt Angriffsgeschwindigkeit dazu. Und als Bindung habe ich mich jetzt entschieden, hier Sturmschwert auszuwählen. Könntet ihr auch ein anderes nehmen, zum Beispiel das von Drask, wenn ihr auf den Schwanz gehen wollt hier. Zum Beispiel jetzt hier, da hättet ihr ätherische Regulationen dabei und so. Dann wird sich das ganze Bild vielleicht nochmal leicht verschieben. Dann müsstet ihr eventuell ein bisschen mehr drauf gehen, die Laterne immer wieder zu spammen. Das habe ich natürlich jetzt nicht gemacht. Wir gehen hier auf Energie geladen und gehen wirklich darauf hin, dass wir wirklich uns immer nochmal schnell schön aufladen können. Finde ich eigentlich richtig gut. Schädelschmiede mit Zelle der Eisgeburt, Schattenmark, also warum die Schädelschmiede. Hier, wir kriegen 1,5% des verursachten Schadens als Ausdauerschild. Und somit können wir unsere Ausdauer praktisch immer so hochschlagen, wie wir es auch wieder runterschlagen. Also es hält sich praktisch die Waage oder es droppt nicht so schnell nach unten. Und somit können wir dann halt eigentlich durchgängig reinballern. Schattenmark mit Zelle der Wut, Knärschergreifer auch mit Disziplin, Borealische Macht mit Zelle der Wilden Raserei und hier unten Shrikes Eifer nehme ich ganz gern beim Schwert, weil beim Schwert hat man es halt eben so, dass man Energie geladen irgendwie nach oben bringen sollte. Also muss man hier Energiespende reinmachen, dann haben wir plus 6 Energie geladen halt eben drin. Und weil wir natürlich oben auf dem Schwert schon plus 3 haben und so kommt man auf die Waffenaufladerade. Das brauchen wir beim Schwert halt eben. Also wie können wir die Gruppe noch ganz gut unterstützen? Na gut, alles klar mit Shrikes Eifer, wo wir nur alle 15 Sekunden die Laterne oben haben müssen, um die 15 Sekunden Angriffs- und Bewegungsgeschwindigkeit dazu zu bekommen. Also absolut optimal und dann wie gesagt mit folgenden Drängen, Angriff und Raserei oder wie heißen sie hier, Prügel und also Raserei und Prügel-Elixier und der dritte Slot hier ist praktisch offen und da habe ich den Inspirationsmast reingenommen. Also wenn ihr dann Shrikes, also ein Monster fällt zu Boden, ihr zündet Shrikes Eifer und ihr setzt einen Inspirationsmast dann noch in der Gruppe, ich zeige es ja jetzt nicht in der Gruppe, dann seid ihr angesagt in der Gruppe. Wenn ihr jetzt selbst noch hingeht und macht hier Wutjäger raus und macht noch eine, da habt ihr zwar nur 3er Wutjäger, schaut nach rechts, dort ist ja 6er Wutjäger, wer dann nur noch 3er Wutjäger und holt noch einmal Ingenieur mit, dann habt ihr noch eine schöne hohe Range, dass jeder in der Gruppe auch davon betroffen ist. Aber so sollte es auch schon reichen und jetzt gucken wir uns das mal gegen Knarscher an und mir hat das wirklich gut gefallen. Ich habe es jetzt so eine halbe Stunde, Stunde kurz eingespielt, habe mal so ein bisschen die Builds hin und her gebaut und ich fand das eigentlich, ja, so, das sind ja immer so, sage ich mal, so Standards-Bilds, die ich hier mache. Natürlich mache ich auch manchmal welche Verprüfungen, wo es dann ganz extrem nur gegen das Monster geht oder wie das letzte Mal, da hat mir Shadow dann geschrieben, ja, ist richtig cool, dass du halt mal ein Build zeigst, das dann nur gegen Feuer-BMWs halt richtig stark ist. Das ist ja alles gut und schön, mache ich auch gerne. Also das hier ist halt gegen Terramonster ganz gut. Klar, logisch, es ist halt ein Sturmschwert, also es ist ein Stromschwert. Das habe ich halt dann schon erwartet, dass ihr danach ein bisschen guckt. Allerdings kann ich sagen, dass viele meiner Builds schon so eine gewisse Allgemeingültigkeit haben. Natürlich könnte ich jetzt hingehen und könnte sagen, ja, bei manchen Monstern will ich gar nicht, dass die in den Wutzustand gehen oder ich will von Anfang an Raubtier dabei haben und so ein Quatsch. Dann kann ich natürlich umbauen, das ist natürlich klar, logisch. Es ist immer so, aber ich würde das Bild hier, kann man sich abspeichern und kann man eigentlich gegen alles, außer gegen Strommonster selbst spielen, würde ich sagen. So, wir holen uns jetzt mal die Tränke. Ich mache das nur, um das ein bisschen zu verdeutlichen halt, ein bisschen die Stärke zu verdeutlichen. Ja, was ich natürlich super mache. So, jetzt versuche ich hier aufzuladen. Jetzt sehe ich das vielleicht oben meiner Waffenaufladerade, dass ich versuche, die nach oben zu bekommen. Wenn das Monster in Wutzustand geht, wird es halt noch heftiger, sage ich mal. So, und jetzt können wir hier unseren Modus starten. Ich kann den Pylonen setzen und dann können wir den auseinander holen, sage ich mal. So, das habe ich natürlich jetzt alles grottenschlecht gemacht, aber jetzt könnt ihr ungefähr erkennen, wie das vielleicht in der Gruppe abgehen würde. Dann sieht man es vielleicht. Und ihr seht oben, die Ausdauer droppt richtig langsam runter. Ihr könntet den Ausdauerdrang noch mitnehmen, sage ich mal, um dann noch mehr zu spammen, sage ich mal. Ihr seht es ja, ein bisschen geht die Ausdauer schon runter. Irgendwann ist dann halt mal Feierabend. Das ist dann halt schon so. Aber jo, ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wie das in der Gruppe hier abgeht. Ist schon ganz geil. Jetzt kann ich das wieder starten. Hier mein Spezialmodus. Ja, und ballere da rein. Es hat schon ein bisschen damit zu tun, wie treffe ich das Monster. Damit hat es ein bisschen zu tun. Falls ihr euch wundert, warum droppt manchmal die Ausdauer runter, manchmal nicht. Es hat, wie gesagt, damit zu tun, wie ich das Monster treffe. Oh ja, und hier, das ist der Kondor. Und jetzt habe ich mit dem Kondor ihn getötet. Habt ihr es vielleicht noch gesehen? Das habe ich jetzt gar nicht genutzt. Also das würden gute Spiele auch noch machen. Vergesst den Start. Der war richtig scheiße. Normalerweise muss der Start besser sein. Dann die Pylonen setzen. Kontern. Das habe ich jetzt gar nicht gemacht. Immer wenn die Spezialfähigkeit dann da ist, kann man mit dieser rechenden Überladung dann kontern. Und das ist eigentlich auch richtig geil. Ich versuche es jetzt mal gegen einen Dead Eye Quill Shot. Und da denke ich, habe ich genug gezeigt. Das hier war jetzt mal so eine normale Patrouille. Jo, also normaler Knärscher. Ganz easy wegzuballern. Ist also null Gefahr. Stellt euch vor, ihr holt den Inspirationsmast nicht mit. Und ihr holt den Vampirismusdrang mit. Da könnt ihr auch das Bild hier so spielen. Ja, und da knallt das halt richtig rein. Da macht das richtig Laune. Definitiv. So, gehen wir mal in die Verfolgung. So, Dead Eye Quill Shot. Normal. Jetzt mache ich nicht noch Hero Niveau und so. Also auf Hero geht das sicherlich auch und so. Aber ich würde sagen, das hier ist schon ein Bild, was ich eigentlich lieber in der Gruppe spielen würde. Ich bin eh so ein bisschen Gruppenspieler. Das kann man Solo auch spielen. Gar keine Frage. Man ist immer schön schnell und so weiter. Es passt schon alles wie die Faust aufs Auge. Auch der Inspirationsmast gegen Hero Monster. Warum nicht? Auf Drask wechseln könnte man auch noch in der Gruppe, um dann auf die Schwänze zu gehen und so. Geht natürlich auch alles. Aber ich finde es so geil. So in der Gruppe mitspielen. Ich glaube, ich speichere mir das Set auf jeden Fall mal ab und werde in der Gruppe das ein oder andere Mal mal so mitrennen. Das war für mich das Bild, was sozusagen am meisten Gesamtsinn gemacht hat. Andere Builds waren dann auch mal stark. Da gingen aber die Ausdauer zu schnell leer. Da hat man andere Sachen ganz gut. Aber dann hat man Ausdauermanagementsprobleme und so ein Quatsch. Und mit einer guten Gruppe legt man so ein Monster auch auf Hero Plus eigentlich ständig zur Seite. Und dann ist es natürlich geil, wenn da jemand steht mit Shrikes Eifer, eventuell noch so ein Inspirationsmast auf den Boden knallt, wenn er die Ressourcen dazu hat. Oder eben die Leute hochheilt oder sowas. Ich hätte auch kein Problem damit, dieses Bild, sage ich mal, in der Eskalation zu spielen. Sehe ich jetzt eigentlich auch keinen großen Nachteil drin. Könnte man einmal Wutjäger rausnehmen und Geschafft zum Beispiel reinnehmen, um mehr Teilbrüche zu haben oder sowas. Kann man definitiv auch machen. Sehe ich jetzt kein Problem. Was ich jetzt auch vergessen habe, ihr seht, es ist so viel in dem Bild drin, was man machen kann. Hier, Spezialfähigkeit von Malkarion natürlich. Direkt mal so rangehen und dann Luftlöcher schlagen. Das ist irgendwie so mein Ding bei der Waffe hier. Oder bei Quillshot. Ich glaube, ich habe es das letzte Mal auch schon bei Quillshot gezeigt. Dann hat er auch seinen Kopf so dämlich gehoben und da habe ich da daneben geschlagen. Und wenn man natürlich ausweicht, ist die Waffenaufladerate noch höher. Ist also auch noch geil. Was macht er jetzt? Jetzt steht er dumm rum. Finde ich natürlich nett. Kann er machen. Ja, jetzt müsste ich natürlich auch wieder kontern, was ich natürlich wunderbar umsetze. So, Mast setzen. Jetzt auch in der Gruppe. Und dann gib ihm. Dann kann man hier loslegen. Guckt euch das an, was das ein Schaden ist. Dann macht man noch einen nächsten Stagger-Schaden oder stackert ihn da zu Boden. Ausdauer ist schön oben, weil ich an ihm dran bin. Da sind zwei Teile gebrochen. Ich denke, man sieht es ganz gut. Man kann ungefähr ahnen, wie stark das Ganze ist. Ohne, dass ich es jetzt perfekt spiele, sage ich mal. So, jetzt könnte ich auch wieder kontern, wenn ich es denn könnte. Also, das habe ich vom Timing her noch gar nicht geübt, das Kontern da. Man sieht es ja hier jetzt zum Beispiel. Habt ihr es gesehen? Schöner Konter und dann schöner Schaden. Und wie? Ach, jetzt könnte ich es wieder machen. Bin wieder getroffen worden. Ach Gott, bin ich so scheiße. Da kann ich schon kontern und kann es nicht umsetzen. Das ist schon traumhaft. So, holen wir uns wieder die Tränke hier. Jetzt machen wir dem Ganzen hier einen Schlussstrich, sage ich mal. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Normalerweise müsste das hier nicht so machen. Ich will eigentlich nur die Starke des Bildes so ein bisschen demonstrieren, sage ich mal. So, hier schön reinballern. Jetzt Spezialmodus. Und ich denke, das war es mit dem Kollegen. Auch wenn ich jetzt der Mast völlig umsonst noch gesetzt habe. So, hingehen und ihm den Rest geben. Vielleicht müssen wir noch einmal kontern. Vielleicht sehen wir das jetzt noch einmal. Nö, da geht gar nichts mehr bei dem. Und Hero war ja gar nicht mal so stramm mehr an Niveau. Also, es geht auch auf Hero ganz easy, sage ich mal. Und wie ich schon gesagt habe, wenn ihr Angst um euer Leben habt, dann holt euch sogar noch den Vampirismus-Drank mit. Ja, und ich denke, dann seid ihr in der Gruppe, egal wie, ein gern gesehener Gast. Also, ich hätte gern so einen Spieler dann mit dabei. Shrikes Eifer mit am Start, Pylone mit am Start oder den Lebensraubdrang. Und noch richtig schönen Schaden am Start. Was will man mehr? Ich denke, das Bild könnte euch helfen. Sollte eigentlich Laune machen und sollte gut vorangehen. Viel Spaß mit dem Bild und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.